Welche deutsche Schauspielerin außer Marlene Dietrich und Luise Reiner hat einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood? Wer sonst hat mit Alfred Hitchcock und Fritz Lang gedreht, an der Seite von Gary Cooper oder Clark Gable vor der Kamera gestanden, am Broadway Erfolge gefeiert? Dann hat sie das deutsche Nachkriegskino aufgemischt und auch noch einen Bestseller geschrieben. Lili Palmer ist diese Deutsche von Welt. Rätselhafterweise hierzulande fast vergessen. Ihr Sohn und eine neue Biografie erinnern nun an eine Diva, die sich selbst eine preußische Ameise nannte. Lili Palmer. Auf dem Höhepunkt ihrer Popularität in Deutschland mit ihrem zweiten Gatten Carlos Thompson bei den Berliner Filmfestspielen. Man darf jede noch so banale Äußerung der Diva mit Spannung erwarten. Dieser Wein schmeckt mir recht gut. Lili Palmer ist eine Erscheinung. So eine Frau fällt auf im verdrucksten Nachkriegsdeutschland. Sie hat Glamour und Weltläufigkeit. Das demonstriert sie erstmals 1954 als exotische Zirkusdirektorin mit bizarrem Akzent. Der Stolz meines Lebens. Lili ist einfach umwerfend und singt ein Lied, das bald jeder kennt. Sie wagt sich auch an schwierige Rollen, spielt in Teufel in Seide, neben Kurt Jürgens eine Psychopathin. Bewundern Sie meinen Spiegel oder sich selbst? Als Lili Palmer in Deutschland berühmt wird, ist sie schon über 40. Bloß, was war davor? Ich denke immer an ihren Mut, dass sie nach Deutschland zurückgegangen ist, als Jude. Das brauchte Mut. Und das hatte sie. Denn wenige haben das getan. Es ist wahr, dass für Deutschland war sie keine Jude. Sie war ihrer Hollywood-Star. Das turbulente Leben der geborenen Lili Peiser ist jetzt in einer neuen Biografie nachzulesen. Die spannende Geschichte eines jüdischen Mädchens aus gutbürgerlichem Hause. Die Tischtennis spielt bei Weltmeisterschaften. Schauspielerin wird gegen den Willen des strengen Vaters und mit 18 vor den Nazis flieht. Quasi von der Bühne weg. Ihr Glück sucht in Paris und London. Wenn man schon aus der Karriere herausgeworfen wird, herausgerissen wird, dann glaube ich, dass das Alter, in dem ich war, nämlich 18 Jahre, einfach ideal. Die couragierte Lili hat Erfolg in England. Schafft es zum Film, auch auf die Bühne. Und das als unerwünschte Crowd. Im Vorkriegs-London sorgt sie für Mutter, Schwester und den Hund. Pflichtbewusst, organisiert. Und verliebt sich ausgerechnet in Rex Harrison. Sexy, Rexy. Hochzeit, Kind. Und jetzt wird es schwierig mit der Disziplin. Sie hat immer die Kontrolle. Das ist sicher ein Hauptmerkmal von Lili Palmer. Diese unglaubliche Disziplin. Auch ein bestimmtes Bild von sich zu inszenieren. Und das ist umso erstaunlicher, dass ihr das gelungen ist, mit diesen unberechenbaren Männern an ihrer Seite. Lili und die untreuen Männer. Das ist eine Geschichte für sich. Neben Rex macht auch sie Karriere in Hollywood. Steht mit Clark Gable oder Gary Cooper vor der Kamera. Als tapfere Partisanin spielt sie fast sich selbst. Klug, resolut, nur ... Vielleicht bin ich eifersüchtig, Gina. Bei Männern schwächelt sie. Loyal steht sie zu Rex nach dem Selbstmord seiner Geliebten. Doch die Idylle im Ferienhaus ist Fassade. Lili und Rex reüssieren als Paar am Broadway. Da ist die Ehe schon tot. Und das war für mich schon beinahe das Ende meines Lebens, als das auseinanderging. Ich war damals 40. Und hab dann wieder ganz von vorne angefangen in jeder Beziehung. Lili, das Stehauf-Frauchen. In Deutschland wird sie hofiert, spielt einige gute, viele schlechte Rollen. Du weißt, die Unschuld pflegt sich nicht zu reden, auch wenn sie eine Bitte zugesteht. Selbst in schwachen Filmen wie Mädchen in Uniform hinterlässt sie neben Romy Schneider einen bleibenden Eindruck. Doch diese Lili hat mehr drauf als das Spiel mit der Kamera. Sie malt und schreibt, beides gut. Ihre brillante Autobiografie, dicke Lili-Gutes-Kind, ein Riesenerfolg. Ach, der zweite Mann macht, was er will. Aber Lili bewahrt, wie so oft, Contenors. Und dann merkte ich plötzlich, dass ich der stolze Besitzer von drei Eigenschaften bin, die mich verhindert haben, einen Racheakt zu schreiben. Das erste ist gute Gesundheit. Das zweite ist gute Nerven. Und das dritte und wichtigste, ein schlechtes Gedächtnis. Wenn sie heute Karriere machen würde, dann würde das ganz anders rezipiert werden, weil sie, klar, weil man das viel internationaler wahrnehmen würde heute. Die Palma. Intelligent, aufrecht, witzig. Heute zu Unrecht fast vergessen. Eine Frau von Welt, geboren in Deutschland vor 100 Jahren. Ich bin auch immer noch sehr, sehr jung und muss noch viel lernen. Ich bin auch immer noch, sehr jung. Musik 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 Musik